Wir wollen durch die Art der Jugendlichen mit dem Hip Hop zeigen, dass es mehr als das gibt, wovon Hip Hop normalerweise singt, Sex, Drogen und so weiter, sondern dass es echt um Werte geht und das wollen wir heute Abend hier wirklich feiern, das wollen die Künstler zeigen und das wird richtig abgehen heute Abend. Ihr solltet es nicht missen, seid bereit, seid bereit, seid bereit, seid bereit. Jungsfestivate, 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 Jungsfestivate! Jungsfestivate Wir hatten ja Workshops heute Nachmittag, da war Choreografie-Workshop dabei, da war ein DJ-Workshop dabei, Koch-Workshop, also nochmal einen superfetten Applaus gerade für die Tänzer jetzt hier hinten, heute Nachmittag einstudiert beim Workshop bei Resurrection. Musik Körbete, Körbete, Körbete! $2 $3 $3 $3 $3 $3 $1 $1 $1 Ist das Schuss? Hessischer Rundfunk Und das Erkirchen hat gewonnen Untertitelung des ZDF, 2020